Jetzt natürlich Manuel Neuer, muss er die Mauer stellen, für ihn sind das unangenehme Bedingungen. Der Ball wird natürlich schneller und De Bruyne, der legt sich auch mal kurz, aber das direkt probiert. Nein, springt rüber, Bernardo Silva, gut geklärt. Und bei Mekano, nochmal De Bruyne, Grealish, Grealish und dann ist es Haaland. Dann heißt es 1 zu 0 für Manchester City. Grealish, Grealish, Grealish.